...für das Team von Hooray und ja, der Knackpunkt vielleicht, einer der Knackpunkt ist, der Chriso war die ganze Zeit da schön safe im Eck, keiner hat den gesehen, keiner hat gefickt vermutet und dann kommt dein Bruder. Ich weiß auch nicht warum er schon low war, vielleicht hat er Kontakt schon vorher an der Rampe gehabt und mein Bruder hat die HE dann in die Poppes geworfen und der ist dann einfach rumgefallen. Okay, sammeln sich und das sieht gut aus, denn genau da kommen sie alle an. Schnell runter, jetzt haben sie den Schach verschossen, das ist natürlich... Fleck sagt an, die Halle ist frei, jetzt bin ich gespannt. Oh Gott, das war Pappmaster-Style. Ich glaub so nicht, dass wir klappen.